Willkommen bei Bullet Forst, das ist voll das geile Spiel, habe ich getestet und hat mir gut gefallen, ist so wie COD, da gibt es Condor Drohne und Drohne und so Chaos Freaks und ja, diese zwei, diese vier Moody's gibt es, ich spiele bei Team Deathmatch, ich zeige euch, wie geil das Spiel ist, es ist halt am Handy, es ist halt schlechtere Qualität, aber ich finde das Spiel voll geil, ich habe mir die Farmers gekauft, ich finde die voll geil, und dann der zum Flop fliegt, oder auch nicht, schade, heute spiele ich ja gleich schon um, und dann kommen wieder und dann kommen wieder Ich gebe jetzt die Konterdrohne rausgemacht und brauche dafür 4 Kills, glaube ich, für 3 Kills. Ich suche mal die Gegner. Der kommt jetzt von hinten. Und das Game ist zu Ende. Ja, das Game ist down. So, ich gehe mal raus. Und wir bekommen 600 XP. Das ist voll wenig. Die Wachen, die kosten hier so viel. Koch 60.000, die Zara und die AK, Sniper MP. Die kaufe ich mir als nächstes, die 60K. Oder die. Ihr könnt entscheiden, die oder die. Schreibt es in die Kommentare. Und ja. Das wird heute ein kurzes Video, weil ich nicht viel Zeit habe. Ihr wisst ja, Schule und so. Ihr wisst Bescheid. Ich hole mal eine. Und frei für alle. Und ja. Ich fände das Spiel so geil. Hier ist die Anfangswaffe. Bei den 2. Und jetzt ist die Farmers. Die kostet glaube ich 30.000 oder so. Ja, muss man ein paar Stunden spielen. Und erst mal eine Kanate dahin. Ist eh keiner dran. Ich weiß nicht, ob es zu laut oder zu leise ist. Ich weiß nur in die Kommentare, ob es zu laut oder zu leise ist. Eigentlich ist hier immer ein Gegner. Weil das ist die Mitte. Wir sind ja voll wenig. Wir sind nur zu viert. Das ist immer. Ich gucke auf die Anfangswaffe. Und ich habe die... ...gekauft. Da ist Ölne, der Kombi ist bestimmt hier rechts. Oder ist es in der Mitte? Ne. Was sehen die immer? Ich seh hier keinen. Da ist einer. Schon wieder da hinten irgendwo. Ne. Vielleicht hier? Ne. Bei 4 Leuten ist halt. Das ist einer. Man kann ihn auch messern, aber man braucht zwei Hits. Also zweimal messern, bis er tot ist. Und das dauert halt so lange. Da ist es einer. Punkte? Ne. Wo ist der hingelaufen? Jetzt habe ich die Drohne. Jetzt kann ich die Gegner sehen. Wo die sind. 1. So wie die Orbitalsatellite liegt. Im Blackout 2. Jetzt habe ich die Konterdrohne auch noch. Die Drohne ist halt voll. Okay hier. Man sieht überall. Man sieht. Wo die Gegner sind. Und das hat mich nicht gesehen. Und das hat meine Waffe nicht gesehen. Und das hat meine Waffe nicht gesehen. Und ja. Ich hoffe euch gefällt meine Videos. Das ist voll lang leicht. Ich gehe raus. Wir suchen nochmal 3 für alle. Ich hoffe nicht mit mehr Gegner. Auf der Karte Outpost. Das ist Volt Camper Karte. Ah ist halt keiner hat noch einen Punkt. Ja hier sind mehr Spieler, das heißt da ist schon eine Reaktion, ich spielte schon seit einer Woche dazu, bin schon, finde ich voll gut, ein Demi, ja stepp ihn, schade, weiter. Nimm mal die, geh ich besser Seh einer? Nee, ich glaub da oben ist einer Hol ich mir mal Ich hab die gleiche Waffe wie ihr Oh, da war ja schon einer Da oben ist immer einer Da kommt jetzt noch einer Wo ist der hin, aber Oh Der mit dem Messer Was ist das Leben? Ja Hier ist eh einer Kommt der eine hoch? Nee Da kommt es immer einer Da kommt immer einer die waffe ist bei den bei zeitweiten verschlecht die sind irgendwie alle gelegt weiß auch nicht man kann immer eine KSW also ich kann jetzt nicht von der Drohne und Drohne bestätigt haben das irgendwie wird aber egal wer kommt hier zu versteigt mich und dann überrasche ich mich weiß nicht was das dritte ist habe ich noch nie bekommen jetzt hat der Gegner der Drohne das heißt ich habe keine Munition mehr liegt hier eine Waffe nein das heißt ich habe auch die Messer da oben ist die Finger da eine hole die KSW da kommt eine die KSW da kommt die KSW da kommt die KSW da kommt die KSW da kommt die Maschine an der Drohne wenn wir noch ein KSW da machen die KSW da kommt aber der hat eh gleich gefallen gleich muss nachladen und weiter das war's vom Video haut rein bis zum nächsten und tuti 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 gut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.